Mein Name ist Christoph Mietke. Ich bin Medizintechnikunternehmer. Und als solcher habe ich sehr grundsätzlich mit ethischen Fragestellungen zu tun, aber auch mit dem Internet und den sozialen Netzwerken. Gleichzeitig bin ich Vorsitzender des Potsdamer Toleranzvereins, der sich für eine offene und tolerante Gesellschaft engagiert. Aus tiefer Überzeugung treten wir als Verein gerne und konsequent für die Kampagne Die Erbende Rose ein. Immer öfter sehe ich mich mit Inhalten konfrontiert, die auf den ersten Blick durchaus sympathisch wirken, aber beim zweiten Blick ganz grässliche Botschaften vermitteln. Deshalb müssen wir alle genau hinschauen. Daumen runter. Stoppt Hasspropaganda in unseren sozialen Netzwerken.